Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolve, zusammen mit Drake. Hi! Und ich mache jetzt erstmal ein paar Narcotic-Pfeile. Ich glaube, da muss ich sowieso allgemein erst nochmal Pfeile machen. Ja, kommt drauf an. Ja, du sagtest das letzte Mal 80 Betäubungs-Pfeile. Ja, also Karno. Er ist jetzt Level 3, von daher wird er wahrscheinlich nicht so viel brauchen, aber... Ja, ich weiß nicht, der Karno war das letzte Mal ja auch ein bisschen buggy, wenn wir versucht haben. Da haben wir 45 Pfeile draufgeschossen. Ja. Ich mache einfach... Ich brauche hier sowieso eh auch wieder ein paar normale Pfeile. Mhm. Und ich glaube, Fetch, ne? Fetch? Fetch. Ich gucke erstmal, wie viel... Nämlich mal das. Damit kriege ich hin 46. Die mache ich jetzt erstmal. Und wer war so, als hätten wir mehr Silica-Pearls? Hm. Ich bin jetzt gar nicht mal so überrascht, dass wir so wenig haben. Die Silica-Pearls laufen normal nicht ab, zumindest ja. Geh mal drüber. Die laufen ja auch nicht ab. Und das Öl läuft auch nicht ab, ne? Nee, wir hatten nicht viele. Wirklich nicht. Das überrascht mich jetzt nicht. Ich wusste schon, dass wir nicht viele haben, aber ich dachte, wir hatten über 10. Ja gut, wir gehen dann mit Antanas ein bisschen holen. Na, großartig. Dann soll ich die 50 machen? Ja, kannst du ja machen. Dann habe ich das ganze Narkotik weg, aber wir haben ja hier noch. Ja, wir haben hier noch. Dann mache ich vielleicht nochmal normale... Ne, dann habe ich noch 38 nochmal. Ja, ich mache jetzt einfach... Wir brauchen die ja so oder so irgendwie mal wieder. Ja, genau. Die laufen ja zum Glück auch nicht ab. Ne, deswegen ist... Das passt schon. Ne, ich kann das... Pfeil passt schon mal wieder. Obwohl... Ich bin mir nicht sicher, ob du das raustun darfst. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob du das raustun darfst. Beziehungsweise jetzt schon, aber wenn du zum Beispiel die normalen Pfeile gemacht hättest jetzt noch, weiß ich nicht, ob du die raustun darfst. Ja, jetzt ist ja egal, jetzt fasst du das ja nicht mehr an. Ja, genau. Jetzt ist es egal. Aber du kannst ja raustun. Passt schon. 38 normale Pfeile, passt. Mehr brauchen wir da eigentlich nicht. 38 von den normalen Pfeilen. Das soll so jetzt eigentlich passen. Vetch zurück, Flynn zurück. Achso, das ist ein Stack von 50 hier. Das macht nichts. Ich hab aber noch die... Hä? Du hast sie rausgeschmissen. Ja, aber ich hab nur... Das ist manchmal echt buggy, weißt du? Ich zieh da hin, aber er schmeißt das irgendwie... Sehr merkwürdig. Ach, keine Ahnung, was du da machst. Ich mach gar nichts. Das Spiel macht das. Ja, ja. Na gut, ich wollte es mitnehmen. Das war's. Ja, das wäre gut. Nehm ich die 7... 67 mit. Jetzt Fleisch. Das gebe ich jetzt mir. Wird wahrscheinlich das eine oder andere spoilern, aber ist okay. Wenn ich das sonst jetzt in Filia rein und dann fliegt die da irgendwo hin. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel. Also wir müssten dann tatsächlich mit Azariel nochmal los. Oh, ne, das wird jetzt nicht genommen. Reicht, oder? Ich denk's. Weiß ich kann ja mal. So. Das sollte, denke ich mal, wirklich reichen. Mhm. Okay. Aber den bekommen wir, glaube ich, nicht hier rein. Ne, der muss wahrscheinlich vor der Tür draußen stehen bleiben. Ja, der muss wahrscheinlich vor der Tür draußen stehen bleiben. Das wird ja jetzt wieder großartig werden. Ja. Wade eigentlich. Eigentlich Wade, ja. Dann machen wir es auf der Klippe da, ne? Ja, genau. Auf der Klippe da drüben. So, da ist unser Freund. Ja, wenn er es da ein bisschen größer wäre, hätte ich das auch. Ja, oder hier kein Wasser. Hallo. Einmal schlagen, bitte. Schlagen? Hm? Och. Hier siehst du mich? Jetzt, ne, hat er einen Fisch, oder? Ja, er hat dich. Ne, er hat mich. Okay. Ich kriege mich zu schnell. Oh Gott, sein. Das Kunst ist er nämlich wieder abgelenkt. Ach, der ist doch blöd. Wir greifen einfach mal an. Okay, jetzt kann es sein, dass er erst den Triceratops vorher vernaschen will. Nicht, dass der Triceratops den umbringt. Nein. Welches Level hat der Triceratops? 25. Mhm. Ja, der hat trotzdem keine Chance. Sonst, ich überlege gerade. Ne, das ist da zu... Das Wasser ist da schon sehr flach. Aber ich habe keine Ruhe, wenn er dann da womöglich hochkommt. Ja, genau. Höchstens da hinten in der Ecke. Oder ich... Dass wir den da triggern und dann auf der Klippe da. Könnten wir genauso machen, ja. Dann ist es nicht so weit. Ich meine, so schlau wird er denn nicht sein, da hochzukommen. Ne, wir müssen ihn einfach da hinlocken. Dass er senkrecht dagegen loscht und dann nach oben. Na, aber der Triceratops doch ein bisschen länger aus. Was gedacht? Aber das Biene hat noch keine Blutflecken, von daher. Ne. Ich könnte ihn ja jetzt schon mit Fallen vollpumpen. Ach ne, geht ja gar nicht, ich kann das nicht auf dem Flugzeug machen. Das geht leider nicht vom Flugzeug, aber kommt vom Dino-Haus aus. Wäre cool, wenn sie das noch einfügen, dass man die Waffen vom Dino-Haus benutzen kann. Mhm. Das Fernglas. Oder meinetwegen zumindest ein... Einhändige Waffen. Ach komm, mach jetzt hin, er hier. Ah, jetzt hat er. Alter, er frisst noch, das brauchst du noch gar nicht angreifen. Oh. Kumpel. Ich möchte dich eigentlich... Wäre bloß möglich, dass er dann nicht komplett auf dich geht, wenn wir ihn da an die Küsten nehmen, wenn da andere Dinos sind. Frisst er dich vielleicht auch, aber das soll uns nicht weiter stören. Ne, wir können ihn ja trotzdem vollpumpen dann. Genau. Na komm, ist auf. Ach ja. Äh, pump vielleicht mal ein paar Stim-Barrills in deinen Flugzeug, ja. Ein paar. Ein paar. Ja. Fast schon, das steigt, denke ich mal, immer noch weiter. Ja, das ist schwierig, den da so zu bekommen, wenn der verressen wird. Okay, aua. Aua. Das ist... Das ist schwierig, ja. Dieser Mist... Ja, wenn's... Wenn man will, dass er mitkommt, sind sie schön abgelenkt. Und wenn man dann ganz gemütlich vorbeiläuft und sich nichts denkt. Oh ja, der ist beschäftigt. Oh, jetzt kommt er. Scheiße. Weißt du was, vielleicht töte ich ihn auch einfach. Ja, wenn du das willst, ja. Na, sei zu, das ist schön. Ja, auf dem Weg zur Klippe ist jetzt nicht mehr viele Dinos. Und wenn er die hier gefressen hat, die Fische, ist er eigentlich fertig. Weil du kannst ihn jetzt auch nochmal angreifen, vielleicht folgt er dir dann. Anstatt den Fisch zu fressen. Weil er hat echt schöne rote Akzente. Hm. Kommst du jetzt? Bin ich jetzt dran? Okay, ich bin dran. Ist okay. Du bist so blöd. Du bist so hohl. Komm jetzt hier. Wir können auch mal versuchen. Geh mal hier hoch, die Klippe. Trigger ihn mal und... Gut, jetzt ist gleich... Weil das Wasser hier wäre wahrscheinlich noch flach genug, dass wir ihn da hätten. Ja, hier, ne? Die Klippe hier, ja. Ja, das habe ich eben schon gemeint. Das meinte ich, dass das Wasser vielleicht flach genug ist. Und die Klippe hoffentlich steil genug. Das müssten wir jetzt probieren, indem wir ihn triggern und dann... Die Klippe hier. Oder wir landen einfach oben und schießen ihn ab. Ja, das meinte ich hier schon, dass wir das hier probieren. Genau. Hier, hier. Kommt er dir? Ja, kommen wir gerade eh nicht hinterher. Aber... Kumpel! Hallo! Okay. Aua! Der Ausdauer ist auch fast leer, also... Ja, lande einfach mal und schieß ihn von da ab. Mhm. Ja, okay, da kannst du dich hinsetzen. Ich probiere es mal. Ich probiere es mit Betäubungsvollen. Ja, komm. Was war denn das? Das wäre irgendwie so ein Stein oder ich weiß es nicht. Er beißt zu, aber er kommt nicht hoch. Ja, sagen wir mal drauf. Aua! Okay, das war der Wind. Schieß weiter. Der Kopf ist super. Ich glaube nicht, dass er hochkommt. Was für ein Depp. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt für die Betäubungsteile. Hahaha. Und der Trottel... Ja, haben wir ihn schon? Ja, wir haben ihn schon. Ja, wir haben ihn schon. Und er liegt nicht... Ja. Äh, ja gut, ist egal. Das macht nichts. Okay, da muss ich gerade das wieder umstellen. Ja. Also, bis gleich. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Richtig. Ich habe das alles mal gerade hochgestellt und irgendwie hatte nur eine Narkotik gegriffen, aber ist egal. Jetzt bekommt er auch schneller Hunger. Ich habe sechs Volt Miet bekommen. Das ist okay. So. Ein Männchen. Schon wieder. Sein Fuß, ja. Okay, ich... Mal gucken, wenn er jetzt einmal frisst, wie viel... Ja. Ja. Wie viel er hochgeht. Ah. Ein Level! Okay, er kriegt nichts, aber ist egal. Hm, ja, aber es ist halt nur Level 3, deswegen. Ja. Ist aber egal. Genau. Sollte vielleicht sogar... 840 Half, 53 Starbina. Also, der hat viel Sauerstoff, wie du siehst. Hm. Wait, naja, geht. Melee Damage ist auch ziemlich schlecht. Ich meine, das ist doch logisch. Es ist ein Level 3er. Ja, aber ein Spino. Aber es ist ein Spino, genau. Ich überlege gerade, vielleicht könnte das Fleisch sogar auch reichen. Ja, ich denke, das Fleisch reicht. Ich denke auch, dass das Fleisch reichen wird. Sollte eigentlich reichen. Ja, aber die Betäubtheit geht ziemlich schnell runter. Hm. Na gut, an Narcotic wird's auch nicht scheitern, der kriegt auch kein Level mehr. Naja, der kriegt kein Level mehr dazu. Von daher ist es vollkommen egal. Vielleicht reicht das Fleisch auch doch nicht. Doch, ich denke schon. Mit dem könnte man auch super unter Wasser tauchen, wie mit Antanas, aber wir haben den Sattel noch nicht. Ich hatte 83 Pfeile, glaube ich. Ah ja. Also elf Stück, äh, oder zehn Stück. Hm. Und die meisten davon im Kopf, klar, Kopf ist das Effektivste. Da ist er doch viel schneller. Hm. Entweder tot oder betäubt. Also Kopf ist da doch sehr effektiv. Bei jedem Dino. Na gut, ist ja auch generell überall so. Hm. Ja. Ach, ich, ja eigentlich sollte das Fleisch reichen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fleisch reicht. Danach müssen wir halt nochmal mit Azaria, Fleisch und Chitin, also das ganze Zeug holen gehen, damit wir da genug Fleisch haben. Chitin, das brauchen wir momentan quasi nicht so unbedingt, weil wir jetzt ab Level 45 beziehungsweise Level 50 die neue Rüstung bekommen, die dann mit Eisen geht. Äh, von daher brauchen wir das dann nur noch für die Zementpaste oder falls man Sattel-Chitin braucht oder so. Also, ja, also ist nicht mehr ganz so wichtig dann, aber als Nähprodukt kann man es natürlich jetzt, wir brauchen eh Fleisch mitnehmen. Hm. Ja, der muss vor der Hütte stehen. Der muss vor der Hütte stehen, denke ich auch. Aber gut, was läuft da rum? Höchstens mal ein Dillo. Mhm. Gut, die Frage ist natürlich, müsste ich ihn dann vielleicht auf neutral? Ja, ich würde mal auf neutral, also passiv wäre blöd, weil dann könnte ihn ein Dillo umbringen. Ja, ja. Aber was ist das für ein Ende? Ja. Ja, ich würde ihn auf neutral stellen. Wir können ja gleich erstmal gucken, wie... Genau. Und vielleicht wird es sich ja auch anbieten, wenn wir demnächst mal so eine Baufolge machen, wo wir uns ein Gehege bauen und eine größere Hütte vielleicht am... oder was heißt größer? Hier unten irgendwo aus Holz dann alles. Hm, ich meine, wir haben ja schon das, äh, ein Blueprint von einem Dinosaurer-Gate haben wir ja schon bekommen. Hm, also das wird zumindest mal ein Gehege bauen aus Holz für die ganzen Dinos. Na gut, dass das, äh, das, den Blueprint, den wir haben, der reicht leider nicht für einen Spino. Also es gibt verschiedene von diesen Dino-Gates und da gibt es nochmal ein größeres als das, was wir jetzt bekommen haben. Ach so. Sprich, der Spino passt da immer noch nicht durch, aber die anderen alle, die passen durch. Äh, gut, Antanas passt, glaube ich, auch nicht durch, durch das Tor, aber alle anderen passen durch. Sie sind einfach zu fett. Jo. Guck mal, er hat jetzt einen groben Viertel, kann man sagen. Mhm. Der hat noch so viel Fleisch. Ja, das macht er schon. Sollte passen. Sollte locker passen, ja. Da bist du das, weißt du, das Schlimmste wäre echt, wenn man denn so einen gerade da beißt zu zähmen und es fehlt wirklich irgendetwas. Fleisch oder, oder Narkotik oder so, das ist, finde ich, irgendwie das, das Schlimmste. Mhm. Aber es sollte immer gut vorbereitet sein, das ist gut. Sonst ist man dann so im Stress und, ja, und dann kann immer was dazwischen kommen. Wenn jetzt, keine Ahnung, du willst Fleisch holen und dann ist da ein Kano oder was auch immer. Ja, also da kann immer was dazwischen kommen. Auch im Multiplayer kann auch der Server mal abschmieren oder irgend sowas. Mhm. Und, ja, dann bist du aufgeschmissen. Ja. Ich stell' vor, ich mach ja was für den Narkotik-Drop-Isem. Haha. Dann müssen wir's wieder suchen. Hahaha. Ja, ja. Ne, das Bino ist so, das, die Amphibie hier. Also Land und zu Wasser ist der schnell unterwegs. Mhm. Antanas ist halt Land nicht ganz so schnell, aber dafür im Wasser richtig schnell. Damit können wir dann ein bisschen Perlentauchen gehen, dass wir Elektronikzeug später herstellen können. Und, ja, die Taschenlampe wäre vielleicht auch jetzt ganz praktisch herzustellen. Hahaha. Ihr müsst wissen, er will unbedingt ne Taschenlampe und ich hab bis jetzt noch gesagt, nein. Hahaha. Oh, man sieht aber schon, ich find, man sieht das echt, er ist nur Level 3. Wir haben schon alles hochgestellt und er braucht trotzdem, braucht ein Böllchen. Mhm. Also, ja, ich will nicht wissen, wie das dann ist, wenn man zum Beispiel irgendwie, ja, was weiß ich, meinetwegen Level 45er Spinosaurus zähmen will oder so. Ja, gut, es gibt ja noch diese spezielle Nahrung, ne. Damit geht es dann wieder schneller. Also, wenn du Eier verarbeitest, jeder Dino mag natürlich andere Eier. Ja, aber find auch erstmal Eier und dann auch die Menge. Ja, genau, du müsstest die quasi züchten. Du müsstest die Dinos, für die ja die Eier mag, quasi züchten, die Eier dann in den Kühlschrank und dann verarbeiten und aufbewahren. Gar nicht aufwendig. Also, das ist dann doch aufwendig, wenn du so einen höheren Zähmen willst. Hm. Ich mein, ich will ja jetzt ja auch hier drin jetzt nicht, wer weiß, wie ein, äh, ein höher gelevelten Namen. Also, ich will mindestens mal hier, wie gesagt, so ein Spino oder so ja mal, aber ich brauch jetzt kein Level 100er T-Rex oder so. Ja, das geht schon alles. Ja. Ja, das Fleisch reicht, das reicht. Ja, hab ich doch gesagt. Der hat sich aber echt superpositioniert, besser hätte sie nicht laufen können. Hm. Oh, ein Spoilt Meat ist gespoilt. Macht ja nichts. Macht nichts. Oh, ich glaube, ich weiß schon einen Namen. Okay. Wenn ich ihn bis dahin nicht vergessen habe. Sag ihn doch. Äh, Nathan. Ich hab an Nathan gedacht. Nathan? Nathan. Das ist doch super. Ja, dann haben wir gleich im Prinzip, das ist einmal eine Tour mit Azariel. Hm. Fleisch, Chitin, Keratin. Genau. Und dann, gut, kommt drauf an, ob wir halt erst das Eisen holen wollen. Dafür wollten wir ja aber noch einen Pteranodon zähmen. Äh, und wenn uns halt, ähm, Delophosaurus, die kleinen Viecher über den Weg lauften, wollten wir die noch zähmen. Meinst du die Morpho Donoride heißen? Genau, die Morpho. Genau. Ähm, ja, und dann mit Antanas. Ja. Vielleicht schieben wir sogar auch nach dem, nach dem Azariel vielleicht auch erstmal Antanas rein. Ja, genau, schauen wir mal. Dass wir da mal so ein bisschen das machen. Ja. Naja, weil wenn man da wirklich so jetzt, das war jetzt hier mehr oder weniger spontan, weil das letzte Mal ja gespawnt ist hier. Und der verbraucht jetzt schon ein bisschen Fleisch und dann kann das ja auch schon mal wieder ruckzuck weg sein. Ja, wenn wir jetzt allgemein sind, ich weh nicht doch. Mhm. Ja. Müssen wir vielleicht irgendwie da so, ähm, da hinten wieder hingehen, um Schweinchen zu jagen. Mhm. Müssen wir nur gucken, ähm, das letzte Mal war da jetzt ja mittlerweile schon mal ein Skorpion oder auch schon mal ein Kano gewesen. Ja, Skorpion ist eigentlich praktisch und jetzt bringt es schon ein Chitin. Ja, Skorpion ist eigentlich egal. Kano. Kano ist, ja. Kommt drauf an, welches Level. Genau, dann könnten wir den vielleicht auch noch gleich mit zählen, ne? Ja, so wie das letzte Mal, was sehr großartig geworden ist. Aber wir haben es schon gesagt, der muss irgendwie Buggy gewesen sein, weil, ähm, das konnte es eigentlich nicht sein. Mhm. Der hat 45, äh, Narkotikpfeile gefressen. Ja, also wenn jeder getroffen war, aber selbst wenn es nur 30 getroffen waren, der hätte trotzdem liegen müssen. Ja, vor allem, ich weiß nicht, wenn ich glaub, welches Level war er denn gewesen. 1. Oder Level, Level 1, ne? Ja. Ja, guck mal, und hier der Spino. Also, da kann man von ausgehen, dass der irgendetwas Buggy war. Weil es, äh, vor allem letzten Endes war der ja doch, ziemlich nah gewesen. Ja. Das hat dir überhaupt nichts ausgemacht. Ja. Ja, Hälfte haben wir schon. Mhm. Bis jetzt ist sogar noch das 1,11 da. Ja, bis jetzt. Ja, das geht aber noch, Mike. Ich denke mal, wenn er irgendwie gleich bei, was weiß ich, 7,86 Prozent ist oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir einen Cut machen und kurz bevor er gezähmt ist, wieder anfangen? Ach, jetzt sind wir schon über die Hälfte. Ich mein bloß, der Part wäre zu Ende. Ach. Hier in diesem kompletten Part kommt jetzt die Spinozähmung und... Okay. Und wenn das dann rum ist, dann fangen wir einen neuen Part an. Ich mein, ich will auch mal sagen, wie lang das überhaupt hier dauert und das schon für so einen Level 3er. Mhm. Es wird jetzt gemacht hier. Es ist alles live. Mehr oder weniger. Alles live, mehr oder weniger. Schauen wir, was dann dein längster Part wird. Hm, nee, wir sind jetzt bei 12 Minuten. Eben waren wir bei. Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir vorher hatten. Da war aber noch nicht so lang. Vielleicht. Wir haben jetzt um die 24 Minuten ungefähr. Echt? Ja. Oh. Haha. Ich hab's gesagt. Okay. Dann mach ich hier doch nen Cut. Und wir sehen uns bisher, ja, fast die Taming-Leiste voll ist. Also, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und er ist gleich gezämt. Und zwischenzeitlich haben wir da hinten noch einen blauen Obelisken abgegriffen. Da war jetzt einmal hier wieder der Medium Crop-Plot drin und das Dinosaur-Gate. Genau. Und wir haben uns gerade über Silica-Perls unterhalten. Richtig. Weil wir da mit Antanas ja auch eventuell heute noch tauchen gehen wollen. Genau. Also, wir haben so in unserem Umkreis, sag ich mal, drei Höhlen. Drei Unterwasser-Höhlen, wo die Perlen vorne dran liegen. Oder da sind sie ziemlich sicher vorne dran. Und sonst am Meeresgrund findet man auch ab und zu welche. Von daher sollten wir da eigentlich gut drankommen. Dann würde ich aber erstmal vielleicht Meeresgrund vielleicht. Ja, also wir können ja Meeresgrund Richtung diesen Höhlen schwimmen. Die sieht man auch von weiter oben. Da müssen wir nicht so weit runter, weil die glänzen schön. Ja. Und dann können wir ein paar einsammeln. Das Einzige ist nur, wenn ich da sterbe, dann kommen wir an nichts mehr ran. Dann kommen wir an nichts mehr ran, weil wir kommen überhaupt gar nicht mehr an Antanas ran. Genau. Weil wir haben ja auch kein zweites, wo wir jetzt schnell sagen, uh, schnell dahin oder so. Mhm. Also dann ist wirklich alles weg. Dann ist alles weg. Sprich, die Shotgun würde ich da lassen, wo du überhaupt gar nicht verwenden kannst. Du kannst unter Wasser eh nur die Armbrust verwenden. Sprich, die Shotgun kannst du da lassen, die Wasserflasche kannst du da lassen. Ja. Gerade, wo ich den wieder in Narkotik reinstopfe, ist es doch zum Heulen. Hm. Nathan. Hallo Nathan. Unser Riesensaurier, der nach oben steht. Und er hat sogar noch das eine Level bekommen. Er hat es noch bekommen. Ja, er hat es noch bekommen. Ja, als ob du... Wüsstest du das jetzt noch? Vielleicht. Kommt drauf an, auf was er gelevelt hat. Health ist es nicht. Stamina auch nicht. Oxygen auch nicht. Wait auch nicht. Melee Damage hat er gelevelt. Cool. Ja. Hat jetzt 100% circa mehr, glaube ich. Ey, das... Ey, das... Nathan. Sieht cool aus. Sieht ziemlich cool aus. Vielleicht mal Thumbnail machen. Du kannst ja auch diese Schrift ausmachen. Ich weiß nur nicht wie. Ich glaube, dieses Extended... Nee, Extended Hat Info ist es nicht. Oder ist es ein Haken, glaube ich. Es ist sogar, glaube ich, ein Haken. Beziehungsweise es geht mit einer Taste, aber es geht auch mit einem Haken. Ja. Das finde ich jetzt nicht so wichtig. Floating Names, glaube ich. Ach, egal. Kommt mit. Oh Gott, hört sich das an. Das hört sich sehr gefährlich an, wenn der ein Volk. Gottes Willen. Huh. Flackert ein bisschen. Aber ist okay. Ja, wenn du an der Wasseroberfläche rein, raus, rein, raus. Ja, ich kann da nichts für. Ja, das ist noch... Das Schwimmen ist noch vom Spiel so noch nicht ausgereift. Du bist, äh, attacking target. Das machst du nicht. Du machst erst mal neutral. Da müssen wir jetzt erst mal gucken, irgendwie... Wo würde ich hinpostieren, Nathan? Das weiß ich nämlich noch nicht. Aber der ist jetzt gar nicht so groß. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die wachsen, wenn sie vom Level her größer werden. Aber der sieht doch recht klein aus. Klein und putzig. Oder? Der sieht so klein aus. Ich glaube, Nathan kommt sich auch etwas verarscht vor, wenn du zu ihm sagst, er ist klein und putzig. Müssen wir nochmal Filia wieder einsammeln. Ja. Alter! Ja, da denkt man ja echt, irgendwie man wird verfolgt. Ja, jetzt haben wir jetzt einen Bodyguard vor der Haustür. Ja, Filia sammle ich gleich einen, auf die reite ich dann da wieder zurück, weil sonst... Aber du darfst ihn nicht direkt vorne dran stellen, wahrscheinlich, weil sonst... Naja, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das... Jetzt kommen wir mit Danny nicht mehr raus. Ist ja irgendwo längs vielleicht, ich weiß nicht, wie wir den hinstellen können. Warte, wir können halt hier draußen ja auch noch ein bisschen Felsen abhauen, ja. Ah, hier vielleicht. Oder hier, ja. Hier parken. Mööö. Na gut, dann ist er hinter diesem einen Felsen hier. Hm. Ja. Das passt doch. König der Dinos. Hm. Bisschen rüber. Du musst warten, bis das steht. Ja, ich musste doch vielleicht näher dran. Das wird das doch nichts. Okay, okay, okay. Passt. Ja. 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 Äh, du bist jetzt neutral. Ja gut, wann kommt hier mal was hin? Normalweise gar nicht. Also... Und ich glaube auch nicht, dass ein Dilo ihn angreifen würde, aber ich würde ihn mal auf neutral lassen. Ich denke nicht, dass er verlieren wird. Das wäre ein bisschen traurig irgendwie, wenn wir dann, äh, wiederkommen und weißt und er so, wo ist er? Ja. Ja, es wird auch oben angezeigt, wenn einer deiner Dinos stirbt. Mhm. Gut, ich könnte... schrote Schrift, von was dein Dino umgebracht wurde. Ich könnte ihn... ...noch dahin. Mhm. Dahin. Aber... ...ob das jetzt wirklich notwendig ist? Im Normalfall nicht, weil im Normalfall wird er einfach nicht angegriffen. Er greift selber an, aber er wird selbst nicht angegriffen, außer... ...ich weiß nicht, was ihn angreift. Vielleicht ein Kano oder ein... ...Dilo oder ein Raptor, könnte sein. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber eigentlich kommen die doch nicht so nah dran. Naja, aber die würde auch alle umbringen. Mhm. Besonders jetzt hat er es nochmal auf... ...Schaden gescaled, das ist nicht schlecht. Okay. So, ähm... Ja, viel ja behalten, meinetwegen erst mal den Sattel. Das ist erst mal... ...einerlei. So. Dann bekommt jetzt Asariel... ...erst mal, ähm... ...nein... ...nathan hat das Fleisch. Ich hab mir gerade schon gedacht, ne? Hat doch das hier... ...lalala... ...ahh... ...du hast ihn bloß, jetzt wenn du Fleisch verteilst, nicht vergessen. Ja. Wenn er hier draußen steht und verhungert. Ja, aber im Moment, so viel Fleisch braucht er ja nicht. Ist ein bisschen viel. So. Gib mir mal das. Gib mir mal das. Gib mir die 10. Gib mir die 10. Den Rest behältst du. Das sollte eigentlich passen. Ja. Ach scheiße, es wird dunkel. Könnten wir vielleicht eventuell mit Danny Narko-Bären sammeln und dann wenn's Tag ist mit der Sarie los. Ja. Also bringt das ja auch nichts, wenn wir jetzt mit der Sarie losgehen. Mhm. Weil er hat auch schon 28 wieder. Ja. Die Spoil-Methode in dem Moment hast du es ihm auch noch geben. Genau. So, Narkotik können wir später wieder und dann eigentlich dürften die hier alle auch noch Futter haben. Naja. Yuna hat sogar auch noch genug Fleisch. Weil wir mit ihr geflogen sind. Ja, das passt alles. Dann geh ich grad mit Danny los. Ah, Danny ist jetzt auch schon Level 13, ne? Mhm. 12. 13, also es ist... Das wird nicht aktualisiert im Inventar, wenn du grad ein Level-Up vergibst. Achso. Musst du erst wieder neu öffnen, theoretisch. Das können wir ja gerade noch machen. Das ist ja... ...de Narkotik und so weiter. Mhm. Das machen wir gerade noch, ja. Weil jetzt... Ja. Bis wir dann da hinten bei den Schweinchen sind, ist es auch dunkel. Mhm. Wir haben einen Spenosaurus. Jo. Also das ging doch leichter als jetzt... Mhm. Es wär gut, dass er da hinten hingelaufen ist. Ja, eindeutig. Der Baum ist auch weg. Wieso? Oh, wir müssen das umstellen. Oh ja. Bis gleich. Bis gleich.